Hallo Leute, eigentlich bin ich krank, eigentlich habe ich Husten, eigentlich habe ich Urlaub, aber was einfach dieses Wochenende alles passiert ist, das ist unfassbar. Es wird also jetzt zwei Sondersendungen geben, die erste kommt jetzt zum Hochwasser Baden-Württemberg-Bayern. Da ist so viel passiert, Freunde, kommen wir gleich rauf und die zweite wird dann natürlich sein, bei denen leider ist der Polizist mittlerweile verstorben und was da die Politik draus macht, aus beiden Lagern, das geht auf keine Kur hat mehr. Da wird es dann wahrscheinlich morgen nochmal eine Sondersendung dazu geben. Also gehen wir heute zum Hochwasser Bayern. Es sind über 40.000 Einsatzkräfte im Einsatz, 800 von der Bundeswehr, über 1.800 vom THW aktuell stand heute Morgen, das geht ja momentan massiv nach oben. Auch wir warten gerade auf den Einsatzbefehl. Es sind dort Dämme gebrochen, es ist bereits ein ehrenamtlicher Feuerwehrmann ertrunken. Rest in peace, Kamerad an dieser Stelle mal. Es ist eine Frau vermisst, soweit ich das mitbekommen habe, ist ein weiterer Feuerwehrkamerad vermisst. Die Polizei verstärkt dort bereits die Präsenz, weil sie Angst vor Plünderungen haben. Auch das beginnt wieder, es ist Wahnsinn. Denn die Deutsche Bahn rät sogar von Reisen komplett in den Süden ab, weil die ganzen Zugverbindungen einfach nicht mehr funktionieren. Wir haben Stromausfälle, wir haben Internetweg, Handyausfälle, wir haben Schulen sandig. Das ist Wahnsinn, was sich hier gerade abspielt. Ich zeige euch, mit was ihr noch rechnen könnt, wie ihr selbst die Hochwasserpegel nachschauen könnt für euer Gebiet. Es wird dann natürlich auch noch Tipps geben, wie verhalte ich mich im Gebiet und wie verhalte ich mich eigentlich vor einem Hochwasser. Oder beziehungsweise wenn jetzt die Gefahr besteht, dass zum Beispiel ein Damm gerade momentan bricht. Und wenn dich das interessiert, dann bleib einfach dran. So Leute, ich will euch mal zeigen, wie schnell das geht. Hier gibt es vom NTV. Bange Blicke und alle fragen sich, kommt noch mehr Wasser? Also das ist tatsächlich momentan die große Frage, was kommt von oben nur runter? Wie hoch steigt es vielleicht nochmal? Zur Nacht hindurch waren sie hier in Manching im bayerischen Landkreis Pfaffenhofen wach, haben Sandsäcke aufgeschichtet, denn es droht, ein Damm zu brechen. Ihr habt es also gesehen, es waren auch private Helfer, auch hier. Ohne die ging es überhaupt nicht mehr, Ehrenamtlichen und auch die anderen. Also wir Einsatzkräfte könnten das allein gar nicht stemmen. Also wir sind da heilfroh, dass dort auch natürlich die Nachbarschaft oder auch sonstige Helfer mithelfen. Wie im Ahrtal genauso. Ohne die privaten hätte es noch ganz anders ausgeschaut. Wie schnell das Wasser kommen kann, zeigt sich auch auf der Bundestraße 10 in Ebersbach in Baden-Württemberg. Und das ist jetzt richtig heftig, Leute. Und da seht ihr mal, wie schnell es gehen kann. Eine Lärmschutzwand bricht. Die Wassermassen ergießen sich auf die Fahrt. Wenn du hier in dem Moment dort stehst, das reißt dich mit. Volle Kanne, da hast du keine Chance stehen zu bleiben bei der Wucht. Fahrbahnen. Zum Glück fährt gerade in diesen Sekunden kein Auto vorbei. Was magst du, wenn du zum Beispiel, ich meine, der Autofahrer fährt ja weg, aber was magst du, wenn du dieser Autofahrer bist? Ich meine, ich weiß nicht, warum er da überhaupt so fährt. Rückwärtsgang rein und zurück. Aber bitte mit Warnblinkanlage. Leute, da kann es nämlich ganz schnell zu Unfälle kommen. Weil der Nächste kommt von hinten und nimmt dich Eiskölp mit. Also Warnblinkanlage, eine. Am besten sichern, aber du weißt ja nicht, da ist ja überall Wasser dahinter. Es kann auch hinter dir nochmal runterkommen, dann kommst du hier nicht mehr raus. Also hier irgendwie schauen, dass du von der Autobahn runterkommst, noch falls Auto stehen lassen. Und hier drüber auf der anderen Seite abhangen. Fährt gerade in diesen Sekunden kein Auto vorbei. Wenig später steht hier... Ihr seht es, wie das, also wenn der hier stehen geblieben wäre, wäre sein Auto überschwemmt gewesen. Vielleicht hat es sich auch mitgeschwemmt, wir wissen es nicht. Genau, und ihr seht es, wie das hier da durchkommt. Also das ist schon, geht in Sekunden. Da hast du keine Chance dagegen. Alles unter Wasser. Und in der Nacht schießt es durch die angrenzenden Orte. Das Wasser, das dort stand, hat auch Trafostationen überflutet, sodass wir Stromausfälle hatten. Und wirkliche Gefährdungen in vielen Straßen, Zonen in Ebersbach und in Uhingen verzeichnen mussten. Also in vielen Gebieten wäre absichtlich der Strom abgestellt, damit eben der nettes Wasser auch noch unter Strom steht. Das ist ziemlich tödlich, auch für die Helfer, für euch. Und deswegen schaltet man dann lieber frühzeitig das Ganze ab. Wie ich schon gesagt habe, bin ich krank. Also ich habe einen Husten, den ich nicht wegbringe. Ich höre mich auch teilweise beim Ausatmen, gebe ganz komische Geräusche von mir. Keine Ahnung, was das wieder ist. Habe ich leider jedes Jahr um diese Zeit. Hängt bei mir wahrscheinlich irgendwo mit den Pollen zusammen. Ich habe eine größere Pollenallergie. Und dann bin ich immer auf so Erkältungen relativ empfindlich. Ist leider so. Ich warte trotzdem auf den Einsatzbefehl, wie wahrscheinlich die meisten THW-Kameraden momentan genauso. Deswegen kann ich das Handy nicht lautlos stellen. Weil eben dort drüber alarmiert werden, wenn ich mal alarmieren muss. Es sind bereits Einheiten aus unserer Gegend im Einsatz. Von Mühldorf, von der Geschäftsstelle. Was ich so mitgekriegt habe. Trauensteuer, die Pumpe, glaube ich, ist unterwegs. Von Berz Gons, sind welche unterwegs. Also ist es durchaus möglich, dass wir die nächsten Tage dann auch noch mit hochfahren. Ob ich mitfahre. Wahrscheinlich trotzdem. Es wurde vor dem Ganzen gewarnt. Es gab ein super Video von Kai Zorn. Der hat genauso wie damals im Ahrtal das genau vorhergesagt. Vom DVD gab es Warnungen von vielen, vielen anderen. Es ist auch noch nicht vorbei. Wenn ich jetzt beim DVD zum Beispiel reinschaue, dann seht ihr ja hier also, wir haben ja hier in diesem Gebiet, haben die Überschwemmungen und hier haben teilweise nur Rot. Also es sollen bis zu 60 Liter nochmal runterkommen, wo die Erde eh schon gesättigt ist, wo das Wasser ja schon in der Luft steht. Das ist natürlich die Hölle und dementsprechend könnten da eine oder andere Pegler nochmal nach oben gehen. Das zeige ich euch dann auch gleich. Wo sieht man sowas? Das sieht man am HND, am Hochwassernachrichtendienst, hier in dem Fall Bayern. Ich denke, man gibt es für andere Bundesländer auch. hnd.bayern.de, ich gebe euch unten den Link. Und dann seht ihr hier ganz, ganz viele Punkte. Grün, da ist noch alles in Ordnung. Gelb ist Meldestufe 1. Orange Meldestufe 2. Rot Meldestufe 3. Und wenn man hier genauer schaut. Meldestufe 4 ist dann Lila, letztendlich. Da hat es hier nicht sehr übersichtliches, gehen wir mal hier, kann man also auch die einzelnen Regionen ausschauen. Hier haben wir mal einen Schwaben. Und hier zum Beispiel, die Schmutter hat es relativ schlimm erwischt. Man sieht aber Gott sei Dank, der Pegel war schon bei, sage ich mal, 1,80, 1,90, geht jetzt wieder runter auf 1,40. Also 50 Zentimeter schon gesunken. Ihr seht es aber, er geht hier langsam wieder hoch, weil es dort eben wieder regnet. Und man weiß ihm nicht, was ist. Und diese Hochwassergefahrenflächen HQ100 bedeutet nichts anderes, dass beim 100-jährigen Hochwasser quasi hier gewisse Flächen, die in der Regel vorher ausgewiesen haben, bekannt sind, auch überschwemmt werden. Ihr könnt euch hier noch mehr machen. Ihr könnt euch zum Beispiel die historischen Ereignisse einblenden lassen. Und dann seht ihr, wir sind auch, und da sind so von den letzten 30, 40 Jahren drin, habe ich gesehen, wir sind also weit über dem Hochwasser gewesen von 2005. Das ist hier in Achsheim und das ist die Schmutter. Schon ganz schön heftig. Donauwert, es gibt auch manche eben, gerade an der Donau mit Vorausberechnungen hier, dieses Gelbe. Und da seht ihr auch hier, Meldestufe 4 ist also bereits überschritten. Wir sind also kurz vor der Hochwassergefahrenfläche HK100. Man kann auch hier bei denen einen Zweitagestrend anschauen. Und da seht ihr, es kann nach unten gehen, es kann aber auch nochmal nach oben gehen. Also genau weiß ist natürlich keiner. Aktueller Messwert ist 5,59 Meter, die Meldestufe 4 ist bei 5,40 Meter. Also hier haben wir schon 20 Zentimeter drüber. Auch wenn ich hier die historischen Ereignisse anschaue, dann seht ihr, ja, wir haben schon einige gehabt, nur das von 94 ist momentan noch nicht überschritten. So, wenn ich hier mal so in Mittenbayern gehe, dann seht ihr hier an der Donau entlang, zum Beispiel hier Regensburg. Da haben wir auch eine Vorausberechnung, also wir sind schon über der Meldestufe 4, die ist bei 5,50 Meter, wir haben 5,99 Meter. Bereits Tendenz eigentlich steigend. Wenn man einen Zweitagestrends angeht, kann es sogar nochmal ganz schön weit steigen. Also wir reden hier, die Meldestufe 4 ist bei 5,50 Meter, wir reden hier von 6,80 Meter oder sowas würde ich hier mal schätzen, maximal. Aber es kann natürlich auch nach unten gehen. Wie gesagt, Prognosen sind nicht so genau. Aber bereits ehrlich da vorn, wir haben auch hier, wir kommen nicht ganz an die historischen Ereignisse ran, aber wir sind nicht mehr weit davon entfernt. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel mal Kelheim anschauen, da gibt es was Interessantes, da gibt es nicht nur den normalen Zweitagestrend. Die haben nochmal extra Berechnungen für Zweitagestrends. Ihr seht, also das wird über das HK häufig heißen, also das haben wir öfters mal im Jahrhundert solche Hochwasser. Und da wird es nochmal gut drüber gehen, aber ich würde mal sagen auf bis zu 7,50 Meter. Und die haben sogar einen 5-Tagestrend, wo es hier verschiedene Berechnungen gibt. Das geht also bis zu 8 Meter hoch oder bleibt bei 7 Meter. Irgendwo da dazwischen wird es einpendeln, also es wird noch steigen. Und beim 15-Tagestrend seht ihr auch, es wird hier nochmal, dann geht es runter, dann geht es vielleicht wieder hoch. Und dann wird es runtergebleibt, aber hier teilweise noch bis zur Meldestufe 3 bestehen in den nächsten Tagen. Also das ist noch nicht vorbei, das wird auch noch einige Zeit so weitergehen. Auch wenn ich mir hier die historischen Ereignisse anschaue, dann können wir noch nicht an das von 99 gehen an, aber das eine oder andere historische Ereignis wird gerissen werden. Das ist schon krass. Wenn ich hier jetzt zum Beispiel mal schaue in Passau, da haben wir aktuell Meldestufe 3. Aber der Trend geht jetzt ganz klar nach oben, der 2-Tagestrend genauso. Könnt ihr also noch relativ weit gehen, wenn ich die historischen einblende, könnt ihr also gar nicht das 2002 Hochwasser überhaben. Das ist hier der Mittelwert aus den ganzen Rechnungen. Also hier ist es zum Beispiel noch aus dem Jahr 65, also ihr seht, die gehen relativ weit zurück, diese historischen Ereignisse. Er wird auf alle Fälle relativ sicher die Meldestufe 4 knacken. Also Leute, so könnt ihr euch selber nachschauen bei euch ins Gebiet. Geht es am besten hier auf die Region, wo ihr seid, dann könnt ihr hier sogar noch vergrößern, dann wird es einfacher. Zum Beispiel bei uns, wir können jetzt hier mal im Waginger See zum Beispiel schauen. Hier hat sich also nicht wirklich viel getan. Also der ist normal irgendwo bei 90 Zentimeter, ist jetzt bei 1,20 Meter, also 30 Zentimeter gestiegen. Ist jetzt nicht so dramatisch. Uns hat es diesmal nicht so erwischt, Gott sei Dank für uns. Schlecht für die anderen, deswegen können wir ihm die anderen auch helfen, weil bei uns eben quasi nichts ist. Link dazu gebe ich euch natürlich unten in die Beschreibung. Machen wir gleich weiter. Wie sieht es denn bei der Bahn aus? Und die Bahn sagt ganz klipp und klar, Leute, von Reisen in den Süden ist momentan abzuraten. Umwetterschäden, Fernverkehr kann München von Norden und Westen nicht anfahren. Auch Nahverkehr in Bayern, stark beeinträchtigt von Reisen nach Süddeutschland, wird abgeraten. Ihr seht es also München, Nürnberg, Erfurt, Berlin, die Strecke, Karlsruhe, Stuttgart, Ulm, Stuttgart, Mannheim, Frankfurt, München, Linda, Bregenz, Karlsruhe, Stuttgart, Kreisheim, Augsburg, Kemp, Oberstdorf. In Nürnberg-Würzburg kommt es zu Verspätungen etc. Es gibt dann auch noch Schäden durch Vandalismus. Was jetzt der große Fakt ist, alle, die ein Ticket haben bis einschließlich heute, das wird wahrscheinlich auch morgen und die nächsten Tage nur ver... Genau, also wer bis heute ein Ticket gekauft hat in dem Bereich 2.4. bis 4.6. kann dieses Ticket einfach umgehen. Also der kann sich dann einen anderen Zug nehmen, halt die nächsten Tage. Es gibt noch viele, viele weitere Beeinträchtigungen. Ich mache es jetzt mal im Schnelldachlauf, kann sich jeder selber mal anschauen. Ich gebe euch unten den Link dazu. Es geht von Hamburg, Hannover, Schweiz, Titysesebruck, also ihr seht es, es ist momentan Wahnsinn, eigentlich, ja, überall. S-Bahn hat ein Problem. Westfrankenbahn, kurzfristige Erkrankung von Personalfällen, auch noch Züge aus. Es gab sogar irgendwo, ich weiß nicht, ob es heute noch mit drin ist, mit Vandalismus auf irgendeiner Strecke. Hier Reparatur am Zugbauarbeiten. Deutsche Bahn genieße das Leben in vollen Zügen, wenn sie denn fahren. So Leute, was tun, wenn ihr jetzt eine Warnung habt? Das Erste, was ich hier auf alle Fälle mache, ich würde natürlich hier das Wetter beobachten. DVD-Warnwetter-App, Nina-Warn-App kann ich euch hierfür nur empfehlen. Da kriegst du es eigentlich relativ gut mit. Bei der DVD-App kannst du also wunderbar auch anschauen, ob wann es bei dir regnet, teilweise auf 10, 15 Minuten genau. Funktioniert sehr gut. Die Einsatzkräfte können ja die Profi-Version umsonst haben. Da müsst ihr dann irgendeinen Code eingeben. Und ansonsten, die anderen, glaube ich, kostet die jetzt auch nicht so wirklich viel. Die kann ich also wärmstens noch empfehlen. Weil dann sehe ich halt ganz genau, das hier quasi in groß und kann das hochzoomen etc. Das nächste ist jetzt natürlich der Hochwasser-Nachrichtendienst. Hier regelmäßig bei euch im Gebiet Neischang. Ihr seht, wir haben ja noch ganz viele Gebiete mit Gelb und Orange. Da gibt es ja auch schon kleinere Überschwemmungen. Kann also alles sein. Und natürlich an der Donau entlang wird es natürlich immer heftiger, weil sich dort einfach die ganzen anderen Flüsse vereinen. Gut, was für Tipps gibt es denn sonst noch? Auf alle Fälle, Leute, wenn es ihr sowas hört, so wie diese Warnungen, macht es dem Keller von den wichtigsten, euch liebsten Sachen frei. Der hat es auch die Vorräte aus dem Keller raus. Bringt es das lieber alles, soweit es geht, ins Dachgeschoss, so hoch wie möglich. Auf dem Schrank irgendwo ein Aufsonstiges, wenn es im Erdgeschoss wohnt. Das kann alles was ausmachen, vor allem elektrische Geräte, mengen halt Wasser gar nicht. Das zweite, was sie auf alle Fälle machen, soll es den Strom vom Keller wegnehmen, weil dort besteht Lebensgefahr, sobald dort mit Wasser in Berührung das Ganze kommt. Also einfach sämtliche Sicherungen rausmachen, als erstes mal den Keller runtergehen. Wenn dort mal Wasser drin ist, dann herrscht Lebensgefahr, Leute. Da kann irgendwo trotzdem nur Strom fließen. Da kann vielleicht die NH-Sicherung, auch eine Haussicherung ist vielleicht im Kellergeschoss unten. Hier mein Tipp, geht es mal zum Elektriker und lasst ihn nach oben verlegen, wenn sie in so einem Gebiet wohnt. Weil das kann extrem tödlich sein. Das ist ziemlich unangenehm. Das nächste Problem, was du im Keller übrigens auch hast, das ist dieser Wassereinbruch. Wenn das Wasser draußen steht und da haben sie einen Test gemacht, da gibt es irgendwo auf YouTube ein Video. Starkregen, eingeschlossen im Keller. Das Wasser strömt von allen Seiten. Wie komme ich hier wieder raus? Er hat dann das Fenster geöffnet. Er hatte keine Chance mehr, aus diesem Keller rauszukommen, weil dieser Wasserdruck viel zu groß ist, als dass du da dagegen, als Mensch, was dagegen ausrichten könntest. Wenn das Wasser schon draußen steht, geht es dort nicht mehr rum, wo das Wasser steht. Ihr wisst nicht, ob der Kanaldeckel vielleicht weggeschwimmt wurde, das ist sehr wahrscheinlich. Und ihr plötzlich in die Tiefe fahrt, ob dort irgendein anderes Loch ist. Ihr seht es ja nicht, was am Boden ist. Das ist ja dreckiges Wasser. Also möglichst gar nicht erst da gehen. Ihr merkt es dann auch, wenn zum Beispiel Sand ist. Bei Welt hat ein Reporter so einen Kinderspielplatz mit Sand. Und dort ist er reingegangen. Der war mit dem ganzen Gummistiefel, war der da drinnen. Das kann natürlich tödlich enden, wenn man dann nicht mehr rauskommt. Weil das einfach sich fast wie Treibsand mit Wasser aufgesaugt hat. Also auch hier möglichst gar nicht mehr irgendwie bewegen. Genau, wenn das Wasser kniehoch ist, dann besteht die Gefahr, dass er abgetrieben wird. Dass das Wasser stärker ist wie ihr. Auch das muss man letztendlich berücksichtigen. Dann so ein paar Tipps, die man im Vorfeld eben machen kann. Zum Beispiel es gibt, ich habe die auch bei mir im Shop drinnen. Unten ist ja der Link mit drinnen. Da findet ihr zum Beispiel hier unter sonstiger Ausrüstung eben so Hochwasserkisten, nennt man die Überschwemmungskisten. Wo quasi eine Pumpe drin ist mit einem Schlauch, mit allem drum und dran. Wo ihr dann halt noch ein Notstromaggregat braucht. Oder vielleicht habt ihr im Obergeschoss noch Strom. Aber darauf würde ich mich nicht verlassen. Mit dem ihr dann einen Keller zum Beispiel auspumpen könnt, ohne dass euch irgendwas selber macht. Hier habe ich einige drinnen. Hier habe ich eine Sandsäcke mit drinnen. Weil wenn das Wasser schon gar nicht erst reinkommt, ist es natürlich noch, noch viel besser. Logischerweise. Also Ding, aber bitte kauft sie nicht möglichst jetzt. Sondern erst in zwei, drei Wochen. Weil jetzt werden die halt in den Gebieten verbraucht. Und es sind auch schon die eine oder andere bereits ausverkauft. Logischerweise, weil die werden halt jetzt massiv gebraucht. Und denkt sich daran, da bleibt trotzdem immer nur ein gewisses Rest. An Wasser drin. Das heißt, ihr braucht jetzt dann auch so einen Sauger, der quasi den Rest rausholt. Oder muss man halt irgendwie mit der Schaufel, mit sonstiges arbeiten. Auch das wichtig. Genau, Gummistiefen, Hochwasser, Watthosen. Auf alle Fälle sehr zum Empfehlen, Leute. Ein paar weitere Tipps, was ihr machen könnt. Zum Beispiel eine Rückstauklappe einbauen lassen. Weil es kommt immer öfters aus der Kanalisation, dann das Wasser wieder hoch. Ist ziemlich eklig. Ist ziemlich unangenehm. Da hilft eine Rückstauklappe. Definitiv kann ich also nur empfehlen. Genauso wie Öltanks sichern. Dass die nicht aufschwemmen können. Dass die Leitung dann abreißt. Und dann das Öl sich überall verteilt. Das ist nämlich die wahre Umweltkatastrophe dann oft. Und ist natürlich auch für euch schlecht, wenn alles voller Öl ist. Natürlich, Elementarschadenversicherung. Solltet ihr noch keine haben. Auf alle Fälle mit einschließen, wo es möglich ist. Ist leider in vielen Gebieten nicht mehr möglich. Wo mal Überschwemmung war, kannst du das vergessen. Da gibt es auch große Unterschiede. Aber wie gesagt, mal einfach mit Neidon. Die zahlen halt dann zumindest so Großschäden. Weil die normale Wohngebäude zahlt halt in diese Fälle einfach nicht. Es ist halt mal so. Dann natürlich Vorräte anlegen. Ihr findet es auf meiner Homepage. Kostlos zum Download. Hier unter Ausrüstung Checklisten. Wenn es ihr hergeht, einmal die Checkliste Krisenvorsorge. Die könnt ihr dann also downloaden. Kostenlos. Da sind viele Tipps, Tricks. Die ist zwar hier verbleckert, aber das steht auch für Katastrophen. Da sind eben viele, viele Sachen mit drin, die wichtig sind. Was tatsächlich mir zum ersten Mal aufgefallen ist, ist, dass es eine Meldung der Gemeinden gab. Gemeinden rufen dazu auf, ein Notgepäck bereit zu halten. Weil es kann ja sein, dass ihr evakuiert werden müsst. Viele wurden ja evakuiert, vor allem teilweise mit dem Hubschrauber, teilweise mit dem Boot. Da kann ich halt nicht viel mitnehmen, wenn ich es nicht rechtzeitig geschafft habe. Dafür brauche ich ein Notfallgepäck, einen Fluchttrucksack, einen Parkoutpack, wie auch ihr mir dieses Ding bezeichnen müsst. Und auch hier habe ich mich extra gestern noch mal hingesetzt, habe mehrere Stunden meines Sonntags damit verbracht, um hier eine neue Checkliste zu machen, die einfach etwas verbraucherfreundlicher ist, als die, was ich bisher hatte, weil das war ja so Profi-Edition. Und die ist hier quasi für jeden. Leute, lasst es euch kostenlos dauern. Schaut es euch an. Nehmt die Tipps her. Jeder hat vielleicht noch andere Ideen. Haut es mir die drunter in die Kommentare, was man sonst noch machen kann. Finde ich super. Das ist auf alle Fälle wichtig. Dann ein ganz, aber zu dem Thema Fluchttrucksack kommt demnächst ein eigenes Video, weil ich einfach mal die Sachen, die ich quasi drin habe, dann vorstellen möchte. Eben auch diese Checkliste. Ich sage es jetzt gerade schon mal, dass es die gibt. Eben aufgrund der Lage. Und dann möchte ich einfach mal eins sagen und hier vielen Dank an die Kameraden vom THW-OV-Boil. Die haben hier Tipps und Tricks. Ich mache das vielleicht mal ein bisschen größer. Das sind absolute Profi-Tipps, Freunde. Da ist die Hochwasserkiste nun mit allen möglichen sonstigen Sachen, Verbindungsmuffen, Verhaltenstipps für Gaskunden, wie man die Heizung sichert, wie man Pumpen macht, was kann ich pumpen, was nicht, Benutzung einer Pumpe, Toilette steigt, wie kann ich da quasi das absichern, Dichtungskit aus der Schifffahrt, quasi wie kann man es machen. Also das sind die absoluten Vollprofi-Tipps. Links gebe ich euch unten. Vielen Dank an die Kameraden. Lest euch das mal durch, kann ich definitiv nur empfehlen, was da so drin steht. Also Ortsverband Beulen, gute Arbeit, muss ich echt sagen. So Leute, ein Feuerwehrkamerad ist tot. Ein weiterer, glaube ich, vermisst, so wie ich das mitgekriegt habe. Eine weitere Frau ist vermisst. Mein Beileid an die Familie, das war ehrenamtlicher Feuerwehrmann. Das heißt, du gehst zu deinem Einsatz und wir wissen, wir setzen unser Leben damit aufs Spiel. Aber trotzdem, wenn es dann doch passiert, das nimmt einen mit und zwar jeden von uns. ja. Passt davon auf, ihr seht, wie schnell es geht, bleibt von den Gebieten am besten komplett weg, wenn ihr dort nicht unbedingt was zu tun habt. Dort herrscht aktuell einfach schlichtweg Lebensgefahr. Scheiß auf ein Auto, das kann man ersetzen, aber das eigene Leben kann man nicht ersetzen, Leute. Und ich möchte zum Schluss mich anschließen an der Präsidentin vom Deutschen Roten Kreuz, Gerda Hasselfeld, die fordert einen dringenden Ausbau der Katastrophenversorge. Nicht nur Hochwasserschutz, sondern auch bei uns Weinern. Wie kann es denn sein, dass immer mehr Katastrophen werden, aber selbst beim THW gespart wird, bei der Polizei Millionen gespart wird und auf der anderen Seite bauen wir irgendwelche Pseudo-Radwege in Peru, wo wir Millionen und Milliarden rausschmeißen ins Ausland für irgendwelche komischen Sachen, die überhaupt nichts bringen und bei uns daheim sterben die Menschen. Es schaut so aus, weil wir unseren Katastrophenschutz, den wir ja brauchen, sie erzählen uns ja immer, es kommt mehr solche Sachen wegen der Klimaerwärmung. Ja, gerade so fix, da muss ich halt auch was dafür tun und deswegen fordere ich definitiv mehr Geld für Polizei, für den Katastrophenschutz allgemein, egal ob THW, Feuerwehr, DRK, BRK, Malteser, wie sie alle heißen. Jeder, der hier, DLRG war ja hier, ist hier ganz viel im Einsatz. Fordere ich einfach mehr Geld, mehr Ausrüstung, mehr Ausbildung, damit wir eben solche Sachen auch wie am Wochenende in Mannheim besser wie die Bühne kriegen. Wir werden es schlichtweg brauchen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Euer Stefan von Atta Kimga. Servus!